Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bräuchte bitte einen schwarzen Rock. Soll der Rock kurz, lang und weit oder eng sein? Eng und lang. Welche Größe brauchen Sie denn? Größe 38. 38, schauen wir mal. Wie wäre es denn mit dem hier? Entspricht der Ihren Wünschen? Ja, der ist sehr schön. Äh, wo sind denn wieder die Umkleidekabinen? Gleiche links um die Ecke. Und, wie gefällt er Ihnen? Sehr gut, ich finde, er steht mir ausgezeichnet. Wie viel kostet der? Schauen wir gleich. Er kostet 49,90 Euro. Gut, den nehme ich. Gut, kommen Sie mit zur Kasse.